hallo und herzlich willkommen bei schucki bernoki new television daily deine tagesdosis angeber wissen das bei mir ist er christian ich bin der mark wir haben den 25 februar und das geburtstagskind des kind des tages ist george harrison george harrison bekannt mit den beatles weltkarriere gemacht solo karriere gemacht aber halt natürlich bekannt über die beatles auf jeden fall hätte heute geburtstag gehabt deswegen alles gute george george wenn du uns hören kannst genau alles gute von schucki bernoki super ja 25 februar 1948 da gab es auch ein ereignis und zwar die kommunisten übernahmen in der tschechoslowakei die regierung ab da war in der tschechoslowakei kommunismus angesagt oh ja wann war das am 25 februar 1948 war ganz schön was los so in der zeit dann kann man schon sagen naja was haben wir sonst noch ich habe noch mitgebracht den fakt des tages fakt des tages hat mich ein bisschen erschrocken täglich werden zwölf neugeborene falschen eltern gegeben weltweit aber trotzdem trotzdem zwölf also hoppala hoppala ja also mami und papi wenn ihr das hier sehen könnt ich hoffe ihr habt aber zwölf ne musst jetzt mal gucken den ganzen leuten das ist wirklich krass das schlimme ist ja ich meine das ist ja segen und flut zugleich das schlimme ist ja du weißt es ja in der regel eigentlich gar nicht mehr also wie kriegst du sowas raus dass du machst du da auch keine gedanken du wächst da ja auch wird schon alles noch naja klar also ich meine obwohl ich glaube ja manchmal ich war bestimmt kind von millionären oder so und wurde dann vertauscht bestimmt ganz also wenn ihr mich jetzt hören könnt ihr könnt mich immer noch adoptieren der kleine mag nicht aus dem millionäre da draußen millionäre da draußen adoptiert nicht ihr kriegt einen jungen sympathischen mann ja ich bin witzig ich bin alles ich habe nur kein geld ich habe nur kein geld also millionäre da draußen ihr wisst bescheid holt den mark ab holt mich mal ab oder wenn ihr millionäre seid schreibt mir hier in die kommentare wie es geht mit euren millionen und ja erwartet ich warte ich sachen derzeit gute tschüss wiekowski macht's gut